Jeeey! Mit Jessica Kendall in der Basis reden. Okay, und wir reden mit Jessica Kendall in der Basis. Nützt nix, irgendwann müssen wir ja tun. Und wenn Moischen reden will, reden wir mit Moischen. Waffen- und Fähigkeiten können hier nicht eingesetzt werden. Ja, ist mir klar. Man kann nicht überall Fähigkeiten einsetzen. Sie will sich die ja hier alle eliminieren. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Doktor? Moischen, nur für dich. Hallo, ich... Eine Sekunde. Ja? Tut mir leid, Dr. Kendall, aber die Probe bringt nicht die Ergebnisse, die... Machen Sie es bei Zimmertemperatur? Ähm, Sie sagten... Ich sagte, Zimmertemperatur verflucht. Ja, also, ich glaube, wir sind innerhalb der Vorgaben. Wissen Sie was? Ich mache es selbst. Sie lassen es liegen und wir tun einfach so, als wäre es nie geschehen. Genau. Verpiss dich. Um zu glauben, wie schwer es ist bei einer Pandemie, gutes Personal zu finden. Unfähig der Typ. Jedenfalls, die gute Nachricht ist, wir arbeiten an den Sachen, die Sie bisher gebracht haben. Boah, geil. Dr. Alice in unserem Krankenhausflügel zu haben, ist pures Gold wert. Jetzt habe ich Zeit für die Forschung. Meine Frau sagt immer, ich kann besser mit Keimen als mit Menschen. Meine Ex-Frau. Wie auch immer. Machen Sie einfach weiter wie bisher. Wir sind auf halbem Weg, einen Impfstoff zu entwickeln. Und mit Ihrer Hilfe schaffen wir auch den Rest. Okay. Mäuschen steht auf Frauen. Ist mal cool, dazu wird auch mal ins Spiel eingebaut wird, ey. Medizinische Wörter. Virusberichte. Öffnen. Piep, piep, piep. Aha. Mhm. Okay. Ja. Schön drüber gesprochen zu haben. Nur Gott weiß. Und ich lauf falsch. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ja. Agent geht an die Arbeit. Ein Agent geht an die Arbeit. Zum Safehouse von Hudson. Ja, das geht. Ist das Leuchttung? Okay, dann gehen wir jetzt zum Safehouse. Wollen wir noch nicht? Haben wir nichts zu tun. Die Pandemie bricht aus und wir müssen ein bisschen rumlaufen zum Safehouse. No Entry. Geht noch nicht mal kaputt. Ja, Muda, alles cool. Ich glaub, sie gehen besser weiter. Ich glaub, sie gehen besser weiter. Ich glaub doch nicht. Ja, ich weiß, dass ne Waffe überholt ist. Na und? Das war meins. Das war meins. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Du bedeutest mir gar nichts. Das bedeutet mir so viel. Bitteschön. Kein Problem. Ich helfe dir gerne. Wer hat hier gerade gestritten? Muss ich einen Streit brechen? Ich bin ein Streitbrecher. Okay, keiner hat gestritten. War das cool, hier? Nur wegen Müsli? Oh, ist ja. Ist nur ein Müsli. Hier noch jemand? Hallo? Nein, keiner mehr da. Okay, Safehouse. Ist es hier dunkel? Harten Yards. Safehouse gesperrt. Ja, noch. Mundi. Mundi. Na komm. Ihr wolltet... Ihr wolltet ein Auto... Ihr wolltet ein Auto klauen! Hab ich gesehen. Das nächste Mal geht die Kugel direkt durch den Kopf. Der Kollege, aufpassen. Hier jemand? Hallo? Nein? Oh, wir sehen gleich hier Safehouse. Die Torke wieder rum. Und wir betreten gleich das Safehouse. Bisschen ruhig auf den Straßen, oder? Ganz schön ruhig auf den Straßen. Harten Yards. Okay, wir gehen runter. Sie müssten nah dran sein, Agent. Aha. Okay. Aufgepasst, Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Mhm. Erzähl. Betreten eines sicheren Bereichs. Interagieren. Safehouse entsperrt. Du kannst nun Blitz treiben. Irgendwas. Safehouse. Jede Safehouse enthält Einsätze und Schauplätze von Kämpfen für Sie bereit. Angebot für Händler, Munitionsversorgung, ein Neuen und eine neue Neustartstelle sind ebenfalls vorhanden. Server sind zyologe Kontaktpunkte, andere Agenten. Sie können die Karte öffnen. Blitzreise X. Danke. Alles klar. Herr Bruder. Einsatz bricht. Wir haben das große losgezogen, was? Es ist wieder wie in den scheiß Achtziger. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes. War das du so? Aha. Aha. Wo kommt es her? Ja. Mit Feuerstoffautomatik. Keine Sorge. Ich bin auch ohne sie gut im Geschäft. Ähm, ich hätte gern... ...ein Frappé. Ja. Ein Frappé Schokolade. Ja, bitte? Nein. Oh ja, das brauchen Sie. Bin ich hier nicht bei Starbucks? Take what you need. Ja, ein Frappé. Kaffee. Nein. Das ist mein künstliches Zeug. Du hast es. Lager öffnen. Lager leer. Sehr schön. Hartz in die Hand. Spielersucher. Wieso soll ich Spieler suchen, wenn hier welche steht? Auffüllen. 22 leichte Dingsbums. Ja. Alles klar. Einsatztafel. JTF Officer. Alles gut. Alles schön. Alles gut. Schön mal dabei gewesen zu sein. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ja. Aber die sind ja nicht böse. Dann ist das ja hier auch noch sicher. Okay. Wir checken den ja. Neu. Kampf. Einsätze. Abgeschlossen. 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 Kampf. Da gehen wir hin. Cool. Hundi. Alles gut. Kein Problem. Hundi. Alles gut. Man könnte es meinen. Man könnte es meinen. Muss man eigentlich. Geiselrettung. Vermissten. Agenten. Entdeckt. Hä? Was für... Hä? Hier war doch... Jeff. Boah. Agentenspur entdeckt. Mein Gott. Da lang. Wir suchen den... Versteckter Agent. Jetzt wird es auch noch richtig spannend. Versteckter Agenten. Hier ist noch einer. 2 von 5. Analyse. Orte. Agent. Da lang. Aber wir müssen... Nein. Aber... Ah. Okay. Agentenspur. Jeremy. Orte. Da lang. Ah. Äh. Da unten. Ist ja alles clean. Oh mein Gott. Analyse ihre Daten. Orte. Agent. Südwesten. Südwesten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was wird uns erwarten? Waffen und Fäh- Schon wieder im Safehouse? Körmann-Stapion Vermisster- Agent Bist du ein Vermisster-Agent? Nein? JJ? Bist du der Vermisster-Agent? Ob der Suche noch was Bestimmte? Ja, nach dem Vermisster-Agent Wenn ich bei dir einen, einen Kaffee Einen Kaffee? Frampia? Nein? Hier war ich doch gerade Hä? Wo ist denn der Vermisster-Agent? Bin ich jetzt doof? Natürlich, hier war ich doch gerade Ach komm, vergess es Gehen wir gleich nochmal nach Wir müssen erst die Geistern retten Alter, der Agent, das ist ein Agent Der kann sich selbst helfen Erstmal Warnung Dein Präsenz entdeckt Okay Jo Hey, hast du Geld? Was ist das? Wuh Deine Bitch Willst du dich verstecken vor mir? Es gibt kein Entrinnen Bereich sicher Feindpräsenz entdeckt Okay Schweres Geschütz Wo sind die Feinde? Dein Meiner Fresse 30 Schuss Alter Bereich Gesichert Schlüssel finden Hier eine ganze Schlüssel Elektronik Spielzeuge Okay Freunde Zivilisten sind in Sicherheit Ihr seid frei Was war das denn? Was das war? Was ist denn die Internation? Das war großartig Ah Okay Oder Wir haben keinen Dietrichs mehr Da muss er drin sein Hier muss er Oh Eine dicke Kiste Schweres Schutzholz Blünder Blünder Ist da noch bestimmt noch mehr, oder? Was hier denn? Einer Ska Sehr schön Auch blündern Inmetat checken Ja Das geht schon mal richtig hoch Sehr sehr schön Ähm Unsere Ska Macht ein bisschen mehr Palabra Würde ich mal sagen Ein bisschen Ein bisschen deutlich mehr Palabra Präzision geht hoch Wann haben wir Da haben wir hier Talente Äh Langer Unterlauf Vertikaler Griff Ja, 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 ja Zerstören Ausgerüstet Modification Äh Vertikaler Griff Für Stabilität Präzision Anfängliche Stabilität Aus der Hüfte Äh Äh Kleiner Laserpointer Ja, komm Knallen wir den ran Aus der Hüfte schießen Tun wir sowieso nicht Aber hey Was soll's Hier Noch so ein C73 Ultravisier drauf Für mehr Präzision Hahaha Guck mal Ich geh mal aus der Hüfte Ballern, ey Jetzt geht's hier aber rund Geil, ey War genau wie jemand schön ist Habt ihr, ihr habt, ihr habt doch nichts fallen lassen Telefonaufzeichnung Da ist ein Telefon 9-1-1 Um welchen Notfall geht es? Können Sie mich hören? Ich höre Sie Okay Ich werde angegriffen Okay Sind Sie in akuter Lebensgefahr, Sir Na, was glauben Sie denn? Ich hab den Laden verraumt, aber diese Raunis fließen gleich durch Und wenn nicht jemand schnell hierher kommt, dann muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen In Ordnung, Sir Wo befindet sich Ihr Laden? Zurück mit euch Ich bin bewaffnet Ja Mhm Sehr informative Übertragung, vielen lieben Dank Aber Was mich wundert ist Der hier Der war Richtung Norden Und der dritte War Da lang Richtung Nordwesten Und dann lag da vorne noch einer Argentenspur 4 von 5 Südwesten 4 von 5 Südwesten Habe ich gerade irgendwie falsch gelaufen oder sowas? Da Einsammeln Akte Ich dachte, wir finden Typen Da finde ich mir eine Akte Kann ich nicht öffnen? Nein, ich kann nicht öffnen Tonaufzeichnung Dann haben wir alles gefunden Elektro-Teile Da habe ich da aufgesammelt Die Elektro-Teile hat sich da aufgesammelt, oder? Jetzt muss ich überlegen, wo wir als nächstes zuschlagen Blöd Das Ding wird mir noch nie angezeigt als Elektroteil. Was ist denn los? Noch mehr Elektronik. Mhhh, Elektronik!